ARD Text im Auftrag von Funk Wollen wir mal gewaltes Wissen in die Mülltonne hauen Jetzt muss ich nur noch Portal wieder starten Also öffnen Wäre von Vorteil, ne? Wäre ganz gut, ja, muss ich ja sagen Wäre nett Aber Ich soll vielleicht auch den Sound ausmachen vom Twitch-Stream Wäre auch ne Idee Wollen wir dich nicht alles doppelt hören Ach, stört doch nicht Hey, stört überhaupt nicht Nein, nein, kein bisschen Ja, vielleicht krieg ich ja Bjarne denn Kretze davon Bjarne hört das ja nicht Wenn du es doppelt hast Ja, und? Aber er Trotzdem kriegt er vielleicht Kretze Okay Bjarne, ich hoffe, du kriegst keine Kretze Ja, ich bin der orange Dude Oh, leu Oh, 360 Wow Echt, Mann, wie kannst du hier versagen? Es ist nicht mal ein Test, Mann So, wo gehen denn die ersten hier los? Äh, da ist eins Da ist vier Zwei Ui Ui Da oben ist drei Ey, wir gehen zu eins, ne? Ja, das Das fünf Wie viel gibt's denn? Eins, zwei, drei Verdammt Vier Fünf Ja, es gibt fünf, glaub ich Fünf oder sechs Sieht aus wie fünf Ich hab das Spiel mit Flo halt schon einmal durchgezockt, deswegen ist ja alles noch geöffnet, sag ich mal Ja, bei mir ist ja auch alles frei, oder ein Teil zumindest So, wir wollen ja Level eins machen, ne? Jo Warte Yeah Gehst du aus meiner Kamera raus? Fuck it Ja, ja Das einzig Nerfige wird nach jedem Level diese verdammten Ladezeiten Ja, das stimmt Aber gut Wird so sucken, Alter So, irgendwie verfolgen 300 Äh, was? Achso, verfolgen 360s, uns und dich, oder? Zumbiane Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt Hier geht es um Teamarbeit Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen Ey Wart mal fast weg Hallo Äh, was hab ich geöffnet? Achso, du kannst jetzt auch durch Also geh erstmal hinten auf den anderen Schalter Ich wollte gerade sagen Der öffnet aber, der öffnet wieder eine Tür Warte So, guck mal, wir können jetzt einfach durch Easy Welche Tür öffnet der? Die? Äh, dann geh du mal durch Ich öffne dir die Tür So Dann mach mal da ein Portal hin Ja Fünf Kollaborationspunkte Muss man ja andere aufmachen Ja, hier unten Mach auf den Boden, Alter So Viel Spaß Ach, der bleibt scheiße Ne, warte Hallo Hey Nein Nein Hör 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 Hey Ok, dann gehe ich halt durch Mach mal auf Achso, warte, mach nochmal auf Du musst ja das Portal schießen Komm durch Wenn ich nicht will Komm durch Wenn du willst Oh was geht weiter Kann ich irgendwas Warte mal Ich kann nichts auf meinen Tabknopf legen Damit man dauerhaft deine Perspektive sieht Schade Dein Ernst Das sieht so dumm aus Ich freue mich selber Kleb doch einfach den Tabknopf Und dauerhaft in Klebebild Ach warte mal Mach du das mal so wie ich Mach du mal da dein Portal hin Und da Dann müssen wir gleichzeitig auf den Knopf drücken Und dann gleichzeitig oben auf die Knöpfe Bereit? Oh neu Okay Okay Ich hab'n Fall Nein gib her Nein Gib her Meiner Oh ne Scheiß Die Kugel war grad in deinem Körper Das sah so Ich bin die Kugel Ja das sah übel gut aus alter Du sahst einfach so Weiß ich nicht Rund aus Ich hoffe das geht vom Sound her so Ich hab nämlich das Gefühl der Links Sound ist lauter als du Der was Sound? Der Portal Sound Ja das ist eine Stoffe Oh Leute Geh doch weg Alter Geh weg jetzt Au Okay Dein Ernst Zu geplant Ja du hast die ein bisschen zu schräg platziert Ja Passt Alles klar Was soll das Monster? Weiß ich nicht Aua Ne Moment Na Lol Warte Ähm So Ah lol Okay warte Au So Dann musst du deins da helfen Wie kann ich das machen dass du Ah Ich kann ich das machen dass du da hin machen sollst Äh Komm her Verdammt gehen wir Das ist für einen Nein warum nicht Oh man Aber man kann springen Bitte weiter zur nächsten Testkammer Okay Ach Mensch Idioten on the road Die ganzen Die ganzen Ja Äh Äh Fest jetzt im ersten Level ist halt Das ist diese Ne Ah es geht Alles easy Alles easy Ach ich hab's nicht Warte Warte Jo und hey ich kann immer noch nicht auswählen Hallo Du kann ich nicht auswählen Wenn einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist ins Getümmel zu watscheln Sollte den Test in ein Fressfest umschlagen Weiß ich nicht Ich kann zwar reagieren auf mich aber Ja du hast gerade ausgewählt Ich kann keinen auswählen Haha Aha Gib mir mein Alp ja Oh Keine Ich kann keinen auswählen Glaub ich hab gerade was neu jetzt Ich hab das Fen... ich hab das Fenster zwar vor mir aber... Ne warte mal komm mal her komm mal her komm her Ok komm, wir machen jetzt das Dings. Oh lol, das ist mega das Trolllevel. Hallo? Ne, warte mal, wo musst du hin? Du musst ein Glaswürfel kriegen, da ist er. Ja, da musst du jetzt erst mal gerade auch was. Genau, musst du es runter machen. Oh Gott! Ok, oh lol, dein Herz. Hör doch auf! Litschke. Ne, runter glaube ich, oder? Ne, du musst hoch. Ja, ich kann ja nicht hoch. Ja, der Stein muss hoch, meine ich. Ne, nein. Hier unten ist doch gar nichts. Du wolltest mich nur umbringen. So, ich bin dran. Ist das dein Ernst? So. Hey. Ja, warte. Nein, doch. Ja, geh jetzt durch! Geh weiter! Ich muss denn lang. Ja, du musst hier lang. Stopp! Er muss runter. Ich glaube, du musst da ein Portal setzen, oder? Nein, ich muss jetzt einen hoch. Ja, aber... Ja, aber... Ja, klar ist das. Den brauche ich doch nur. Jetzt geh mal runter. Ne, warte mal. Äh... Ja, hier. Hättest du dir vielleicht vorher ein Portal setzen sollen? Nein, ich habe das falsche gesetzt. Da war ein Portal genau hinter dir halt. Dabei ist eine Wand. Oh, lol. Den, äh... Loh. Whe? Er hat grad Mega-Mein-Funk-Burich-So-Faden. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay, wo ist er denn? Du. Weil ich hatte halt, ich hatte halt hier ein Portal. Du bist... Also das ist lila, okay. muss, also das setzen okay hä? oh scheiße ich glaube wir haben das GameCard kaputt gemacht ne wieso? weil der der weil der Glasblock, wie echt jetzt? Wie geht das? Oh nee, warte, warte, das funktioniert trotzdem, warte. Äh, so. Ist da trotzdem durch? Ja, irgendwie bestimmt. Jaja, jetzt musst du gerade aus? Nee nee, mach nochmal runter, mach nochmal runter. Nee, das klingt... Hhhhhhhhhh Hinter dir oder so was. Kannst du mir hier ein gelbes Portal hinsetzen, bitte? So. Mach doch da einfach dein dunkle Blaues hin. Achso, ja, kann ich auch machen. So. Warte, ist der wo? Wollen wir jetzt mal serious hier wirken? Moment, warte, warte, warte. Ja, wo ist denn der Wirbel? Ach, ganz unten, ne? Der ist ganz unten da. Ja, kannst du einfach hingehen und einen Hellblaues platzieren. Jetzt weiß ich nicht. Zack. Oh, mein Freund. Okay, gut. Wir haben es nämlich kaputt gemacht. Mach es dann mal da und da. Perfekt. Yeah. Wie? So, nächstes Level. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Orange, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt. Aha. Du hast zwei Hinweispunkte eingebüßt. Mann. Wie kannst du es wagen? Einfach so. Bin ich nicht okay. Ich aber. Okay. Alles klar. So, nächstes Level. Ich hab Würfel. Ja. Oh. Loil. Loil. Achso, ja gut, dann geh ich durch. Du musst erstmal hier das schräg. Warum ist der grad kaputt gegangen? Weil ich einen neuen geholt hab. Jetzt rauf, genau. Oh loil. Ähm. Warte. So. 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 Nein mach weiter, mach weiter, mach weiter. Weiter, weiter, weiter. Ach, die Geschichte. Ja, okay. Ja. Durch. Weiter. Ja, ja. Bis ich ganz oben bin. Ja, ja. Eino. Jetzt reicht schon. Rechnen. Jetzt. Da. Ja, das ist. Ich bin nicht tot. Mach jetzt, sonst sterbe ich. Alter. Stimmt doch. Stimmt auch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Nichts, gell. Okay. Puh. Ähm. Geheimnis? Nee, das ist Portal. Hier gibt's keine Geheimnisse. Na klar. Achso. So und. Kann ich irgendwie. Ey, du musst wieder zurück. Nee. Ich muss dir nur irgendwo ein Portal hinsetzen. Ja, kannst du aber nicht. Ey doch hier. Das ist lila. Mach da eins dann. Mach da eins dann. Ja. Hab ich doch schon. Aber nur noch ein bisschen runter. So, ne? Ja, alles gut. Yeah. Ach, du bist da. Schlecht. Ich versteh nicht. Wieso ich keins von diesen Robots gemacht kann. Ich würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. In welchem Barcode oder so. Ja, 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 da, 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 da. Hä, aber kannst du denn Tab-Tasten so nicht irgendwie festkleben oder so? Nee, womit denn? Mit Tesafilm oder so? Aber hier. Alter, ernsthaft. Du hast kein Tesafilm da. Panzerband. Null. Wow. Null vorbereitet. Jo, fall länger. Ja, fall länger. Au. Ach der. Ja, das ist zu lang. Wenn ihr es findet... Das Ding ist... Kann richtig einfach sein auch. Aber es ist einfach... Ja, guck mal. Wir können da unten hin. Ja, ich weiß. Achso, wir müssen da unten hin. Ja, du kannst ja hin. Hier war auch irgendwas wichtig irgendwo. Nee, glaub nicht. AHHHHH! Gesundheit. Jungchen. Alter. Alleine Portale. Ja und? Ja. Ach, da oben läuft. Ey, wir müssen hier noch eh nicht mehr zurück, oder? Ist dir da ganz sicher? Nö. Ja, weil wenn du nämlich jetzt... Du musst da jetzt ein Disc holen? Äh, wo? Nee. Nee, Insert Disc steht da. Da. Ja. Aber du hast keine, ne? Ach komm einfach mal, wird egal. Ja, ja, also stimmt. Hier müssen wir zwei Schalter umlegen. Drei. Dwei. Eins. Jupp. Hey. Ich hab dir das genau. Jo. Ah lol. Ich hab dir Popcorn. Glückwunsch. Zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrnlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht... Boah, bei dir ist gar nichts auf dem Bildschirm. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Ey. Boah, ist mir gerade gestoppt. Wir sind gerade gestorben. Ja, du auch. Wir sind gerade gestorben. Warum sind wir gestorben? Ja, der hat uns getötet. Und bei dir war auch nichts auf dem Bildschirm, als ich Tab gedrückt hab. Oh. Wann war das nur bei dir? Ja, da müssen wir logisch nicht hin. Na. Nein. Aber wie, haben wir jetzt... Ist das schon abgeschlossen, oder wie? Guck mal, wie viele Schritte ich gemacht hab. Warte mal, ich guck mal kurz. Haben wir jetzt alle... Echt? Alle gemacht? Ja. Okay. Ja, ist klar. Da ist Level 2. Da ist Level 2. Hahaha. Okay, ne? Yeah. Da 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 da. Jetzt rushen wir Portal 2 durch. Portal 2 Speedrun, Alter. Naja, such das... Da gibt's ein paar Hacks. Also nicht Hacks, aber... Ja, Methoden, ich weiß. Die Räsestrecke diente der Start... ...